moin moin und herzlich willkommen zurück zu bumm simulator ja hier haben wir den karl und wir hatten hier ja ein bisschen schon angefangen gehabt im letzten stream hier ein bisschen auszubauen hier wollten wir irgendwas bauen die dinger sind jetzt die sind immer noch hier oder jedoch nicht diesen geld die spawnd teile so und wir wollten hier eigentlich anfangen zu bauen also ich muss dafür hier gehen so und hier wollten wir ja unsere festung bauen aus metall glaube schon ja metall war das so dafür brauchen wir aluminium kupfer und schrott wenn wir sehr viel von brauchen so schauen wir mal was können wir eigentlich hier noch machen was haben wir denn hier kannst du holz verarbeiten also hier braucht ja wir brauchen noch aluminium bleche genau hier war nix hier war nichts aluminium blech dafür brauchen wir aluminium wir werden sehr viel aluminium brauchen ich glaube ich brauche nichts ich brauche nichts aus was konnten wir aluminium machen ich glaube warte mal wie war das so alles nehmen was war noch mal kupfer schmelzofen defibrillator die aluminium schmelzofen okay ich brauche holz genau so genau wir haben hier sehr viel schrott gesammelt und auch ein bisschen was an holz so und wir werden sehr sehr viel aluminium brauchen einmal um hier aus den firiken auszubauen so damit wohl eher nicht hier das ist alles zum maximus hier brauchen wir noch mal drei dann können wir hier jetzt aluminium blech machen haben wir schon mal einen genau da so wie viel haben wir hier noch 14 ja wir werden hier noch ein weilchen damit beschäftigt sein aluminium zu machen denn wir brauchen da auf jeden fall sehr viel okay haben wir jetzt wieder genug ja können wir nicht nicht hier nicht das was war das hier an der acht wird noch ein brauchen wir noch gucken wir mal wie es hier aussieht ob wir da irgendetwas drin haben noch ein sandwich noch einen guten der ist ja noch richtig gut gewesen so karl nice so aluminium dann haben wir es jetzt dann haben wir es jetzt nummer drei das heißt wir können hier aufwerten jetzt brauchen wir kupfer das war für kupfer oder kupfer schmelzofen also ich brauche jetzt erstmal holz so und hier nochmal jetzt haben wir hier nur noch sechs das wird einiges sein was wir brauchen werden hier um das da auszubessern für kupferrohr wie viel kupfer brauchen wir da kupferrohr brauchen wir also ja dann kriegen wir jetzt gleich wieder ein das trifft sich gut so können wir jetzt noch einen machen ein aluminium und noch ein kupferrohr so da brauchen wir noch ein kupferrohr so rein mit dir so einmal voll machen jetzt noch mal schauen für ein kupferrohr haben wir ein müssen wir noch machen so hier brauchen wir noch insgesamt sechs aber wir wollen das ja ausbauen wir wollen ja fertig werden damit hier haben wir noch zwei ja jetzt ist das hier fertig immerhin dann können wir jetzt den letzten kupferrohr machen den wir brauchen um den hier aufzuwerten und der ist jetzt vollständig so das heißt nur noch hier so der ist voll aluminium blech da fehlt uns noch einer welcher waren das jetzt der hier ah jetzt fehlt uns holz haben wir nicht so viel holz so aluminium das ist eine liste das heißt wir dürfen gleich nochmal holz suchen gehen aber wir wollen das hier noch ein bisschen weiter ausbauen fertig machen die brauchen wir nicht aluminium fehlt uns noch einer komm wir machen jetzt eben den hier fertig dann schmeißt äh genau das wollte ich ja da haben wir jetzt nochmal eine da brauchen wir jetzt nur noch holz beziehungsweise irgendwas was wir zuhause verarbeiten können da unten müssten wir wieder einiges haben ja komm ich will hier durch ja wo ist denn karl da hier auch nochmal daraus können wir schrott machen weg damit holz holz ja wir brauchen das wir brauchen das um zu überleben ja wir brauchen das wir müssen damit überleben hier ist noch einer ne das ist der hier hier haben wir nochmal So, haben wir hier irgendwas drinnen? Ja, Schrott. Cool. So. Und nochmal Holz. Geil. Holz finden wir hier genug, auf jeden Fall geht's gerade. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Müll. Ah, da gibt's Schrott. Da werden wir viel brauchen, definitiv. Wenn wir hier ausbauen wollen. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen. Nochmal Holz. Ja, ich kann das für dich halten. Jo, dankeschön. Schön, dass du das kannst. Für mich. Sonst hier unten gibt's, glaube ich, nichts mehr. Ah, hier haben wir wieder. Holz. Danke, Carl. Carl. Einmal weg mit dir, Carl. Wo ist denn das Holz hin? Toll. Danke, Carl. Oh, nice. Oh, nice. So, dann müssten wir hier auch noch irgendwo wissen. Holz finden. Schrott finden. Ja, hier gibt's ein bisschen was. Aber nicht das, was wir haben wollen. Hey, stopp. Ich kenne die Körpers. Oh, bitte nicht die Bullen rufen, ja? Halchen. Und hier noch eine Flasche. Können wir wieder ordentlich Schrott geben? Habe, ja. Hab vergessen, wofür wir das brauchen, aber... Äh, warte. Äh, nee. Wie war denn das? Genau, mit Tapp war das. Äh, Porzellan. Nice. Ja, das kann auch Kraft geben. Äh, Bugüberfall bevorstehend. Ja, komm, machen wir das. Äh, nee, so. Wir haben gerade keine Zeit für die. Warte, was gibt's denn das? Keine Ahnung. Ich glaube aber, solange die Polizei hier ist, können wir nicht viel machen. So, dann erstmal wieder zurück. Dann können wir da ein bisschen... Achso, da war der Aufgang. Ah, warte, dann können wir... ...den da... ...auch einmal aufmachen. Den haben wir total vergessen. Und hier nochmal Schrott. Äh, Dachkahlen. So, wir wollen ja... ...vom Level her ein bisschen aufsteigen. ...da vorne habe ich vergessen. Das brauchen wir nicht. Holz. Und... ...jo. ...und nochmal Schrott. Was ist denn das? Ah, geil. Lecker. Jo, jetzt brauchen wir wieder den. Geil, Kloschlüssel. Wieder Keramik. Toll, ausgerechnet der muss jetzt kommen. Die hat's überlebt, ne? Greifen wir uns jetzt an, oder? Schade. So, okay. Dann können wir jetzt aber... ...hier paar Sachen verschrotten. Karl. Hier hin. So, was können wir alles jetzt verschrotten? Das alles. So, was haben wir hier noch? Die Dinger. Dann haben wir das. Ja, Karl. So, jetzt hängt das Ding nach hinten. So. Dann haben wir den jetzt weg. Hat er noch irgendwas verschrotten? Ja, das. Die Kloschlüssel. Kriegen wir einiges an Keramik raus. Das Ding. So, was haben wir noch? Das. Und davon ein paar haben wir. So. Sonst hat er jetzt nichts mehr, ne? Was ist denn das? Aluminiumblech. Keramik. Sehr viel Schrott haben wir hier. So, komm, komm. Dann machen wir... Dann machen wir... Äh, genau. So. Juckt die Nase gerade. Tut mir leid. Da haben wir einen, da haben wir einen. Wir machen erstmal die Dinger, die nur einzeln sind. Dann haben wir hier erstmal wenig rumliegen. So. So, der hier noch. Äh, was... Wie viel brauchen wir hier nochmal? Nochmal zwei. Wie viel Aluminium haben wir? Aluminium... Für Aluminiumblech null. Da kommen wir jetzt erstmal Keramik raus, hä? Dann machen wir... Den erstmal rein. Oh. Hier war Aluminium. So, dann schmeißen wir den jetzt wieder rein. Geil, wie der jetzt steht. So, der hier rein. Achso. Holz brauche ich jetzt wieder. Weil der kein Holz mehr hat, okay. So. Das müssen wir jetzt rein. Ja, brauchen wir. Also, haben wir jetzt immer noch nicht genug Aluminium. Da haben wir drei, da haben wir noch zwei. Jo. So, dann machen wir hier nochmal einen. Einen brauchen wir noch. Also zwei von denen. So, lass ihn mal da liegen. Dann sind wir mit denen schon mal los. So. Und Holz haben wir schon mal fertig. Äh, na, genau. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt... Aluminium. Und hier. Und der ist jetzt fertig. Maximale Stufe. Nice. Den haben wir auf Maximum. Äh, sonst... Zigarette. Zigarette. Tabaksamen. Müssen wir eigentlich mal alles sammeln. Die haben aber alle durch. Okay, dann schauen wir mal wegen Bauen, was wir jetzt nochmal für die Dinger da brauchten. Zumindest für den Boden. Aluminium und Kupfer sehr viel. So, okay. Das heißt... Das heißt, wir können jetzt erstmal sehr viel Kupfer und Aluminium bauen, um hier eine Pestung fertig zu machen. So, hier haben wir wieder einen. Und hier nochmal. Genau, hier geblieben, bitte. Äh, genau. Dann können wir hier... den ersten Fußboden machen. Komm, wir fangen von da hinten an. So. Ja, vielleicht doch nicht. Okay, habe ich alles nochmal wiederbekommen. Machen wir... wegen der Rampe. Komm, wir fangen hier an. So. Und nochmal. So, dann brauchen wir... die Dinger. So, dann können wir noch einmal... hier... den nächsten Metallboden machen. für die Festung. Ah, ist wieder fertig. Kalien, hier. Nein, komm, hier geblieben. So. Kein Holz. Auch kein Holz. Toll. So, wo haben wir Holz? Das ist alles Holz. Und hier nochmal. So, und... nochmal hier in den Baumodus. Damit wir hier zumindest... nochmal eine kleine Hütte haben. Gleich. So, diesen fertig. Nice. Wollte schon sagen, warum... warum liegt das jetzt nicht? Äh, so. Da war es schon. Wir machen erst einmal... für den Anfang... 3x3. So. Bestimmt brauchen die jetzt... wieder Holz. So. Sehr... naja, zeitaufwendig... hier gemacht... mit dem Bauen. Aber immerhin... Aluminium jetzt fertig. So. Und Kupfer fertig. Du siehst, wie kannst du einen Trink benutzen. Jo, wir sind schon am verdursten. Äh, jo, dann gehen wir... dann sammeln wir das eben schnell wieder ein. Ja, Karl, danke. Und da holen wir uns mal schnell was zu trinken. Gut, dass Karl-Kin uns immer Bescheid sagt. So, jetzt... ganz schnell... den Müll durchsuchen. Ja, vom Rennen werden wir immer nur durstiger. Das stimmt. So, wie sieht's hier aus? Nee. Reifen wollen wir nicht. Gibt's andere Müll aber hier in der Nähe. Da hinten sehe ich einen. Da muss es was zu trinken geben. Obwohl, mit 345 könnten wir auch... Wir könnten die Automaten verprügeln. Ja, so geht's auch. Bitte gehe, ja? Ich möchte hier an die Automaten. So, ist... Nice. Nice. Der war weit genug weg. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Ach, da ist auch noch ein Mülleimer. Lecker Burke. Gönnen wir uns jetzt schon. Glaub ich, hier kommen wir nicht wieder dahin. Wir müssen da hinten hin. Genau, hier. Das führt zu uns in die Basis. So, und unsere Tauben wieder. Nice. So, da können wir jetzt wieder bauen. Da müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen was haben. Ja. Perfekt. So, dann nehmen wir die Dinger wieder. Toll. Nein, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr hier. So, und der hier. So, dauert jetzt noch ein bisschen, bis er fertig ist. Dann können wir, dann können wir gleich, ganz normal, hier weiterbauen. Zweimal brauchen wir das noch für den Boden. So. Ah. Perfekt. So. Und Alu ist fertig. Geil, den Boden haben wir fertig jetzt gleich. So, einmal nachfüllen. Und hier auch nochmal nachfüllen. Was bräuchten wir für die Tür? Auch ein Kupfer und ein Aluminium. Für Fenster auch ein Kupfer und ein Aluminium. Metalltür. Metallfenster. Wir könnten hier richtige Häuser bauen. Können wir hier eigentlich richtiger machen. Cool stuff. So, aber egal. Wir machen jetzt erstmal nur... ...eine kleine Hütte. Dann, wenn wir das auch zumindest mal ausprobiert haben. Ähm, genau. Hier. Dann. Das wollen wir gleich als nächstes. Ah, perfekt. Die sind fertig. So. Jetzt brauchen wir wieder ganz normalen Schrott von dem. Füllen nochmal nach. Und können wieder bauen. Ah, ne, warte. Tür wollten wir machen. So. Ah, nice. Die Tür bringt zwar jetzt noch nichts. Aber gleich. Ja, ich kann das für euch halten. So. Und so. Dann brauchen wir nochmal Holz. Wir haben echt zu wenig Holz. Wir haben echt zu wenig Holz. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ha ha! Na na na! You're going down, creep! You shouldn't have missed with the bugs! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 Bis zum nächsten Mal.